So, ich habe die Brücke noch mal neu eingestellt, noch mal ein bisschen herstellt und hier in der Mitte ein bisschen verändert. Ähm, und jetzt habe ich es auch im Budget, äh, unterm Budget geschaffen, dass ich da durchkomme. Weil, in den Grab bin ich durchgekommen. Das gibt es doch nicht. Warum bin ich jetzt nicht mehr? Hat doch nichts verändert. Irgendwie, ich verstehe das nicht. Bei einer anderen Folge war das auch so. Ich habe es geschafft. Dann wollte ich es zeigen. Und er hat sowieso, äh, holst du mal ein? Ich bin hier über dem Budget. Egal, ich kann es hier zeigen. Na, ich habe es unterm Budget geschafft. Äh, gerade mit den Einsprungen, keine Ahnung, warum ich es gerade nicht geschafft habe. Egal. Dann kommt jetzt hier der Truckton. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Unbekannte Straße. Halt. Holz. Könnte das sein, dass man hier eine Stinknormale Brücke wieder bauen muss? Ich kann mir das nicht denken. Ah, na gut, ok, haben wir geschafft, nächste Brücke. Ah, na gut. 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 Untertitelung. BR 2018 So, dann haben wir jetzt hier den Einknickpunkt und hier den anderen, wenn man den hier hin kommt. Budget ist überschritten. Erst das Boot, ach je. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das Boot? Wie mache ich das Boot? Wie mache ich das Boot? Die Straße muss auf jeden Fall runter. Die Traule geht über 2. Die Straße muss auf jeden Fall runter. Die Straße muss auf jeden Fall runter. Die Straße muss auf jeden Fall runter. So, wie schön Dreiecke damit alles schön stabil ist. Die Straße muss auf jeden Fall runter. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war eigentlich gar nicht mal so ganz schlecht. Das ist nicht so gut. Musik Habe ich denn noch eine Straße? Keine Straßenmesserverfügung Hydraulik Ach je, das hat wieder so eine stundenlange Runde, wie man das am besten machen kann. Ich glaube ich mache hier mal wieder einen Cut. Ich probiere hier noch so lange aus. Und ich wünsche euch dann bis zum nächsten Mal viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.